Dann muss unsere Soldaten ran. Oh, die hat ja kaum noch was. Könnt ihr unbedingt weiterspielen. So. So, Armierungen. Jo, da kann ich echt genug herstellen. Das sollte sich ausgehen. Aus den Modifikationen kann ich auch herstellen. Und, oh, Stücken. So, versuch erstmal das. Ich kümmere mich darum. Daher zu stellen. C zu N zu. Die besseren Reflexarmierungen. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Okay, ich denke, dann werde ich auch gleich entsprechend weiterquesten. Was haben wir denn? Gut. Dann muss ich eh nach Nachschauter. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, da war ich auch schon so Richtung Ende. Ja, das war wieder klar. Ja, der sitzt mich wieder am Flughafen ab. Also am Raumhafen. Ich glaube, das war auch schon. Solange! Ups, falsche Richtung. So, gucken wir doch mal. Wo muss ich hin? Toll, nicht hilfreich. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Bereit. Stillhalten. Stimmt, hier unten war ich. Zwei-Karantäne, die Zielgenauigkeit brauchen. Oh, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Kann ich die hier aufbrechen? Zwei-Zahn. Ja, Fähigkeitsarmierung brauche ich. Sofort. Hm. Hm. Also. Ah, jetzt werden mir noch beide Questmacher angezeigt. Das ist sinnvoll. Ähm. Das sind noch weitere Quests. Dann gucken wir uns die auch mal an. Ja gut. Da ist mit auf Bord. Seit wann interessieren sich die Hutten für das Wohlergehen der Einwohner ihrer Welten? Das ist besser keine Zeitverschwendung. Das ist besser keine Zeitverschwendung. Das ist besser keine Zeitverschwendung. Mhm, okay. Hätte ich ja gerne noch ein bisschen Geld rausgepresst. Äh... Jo. Dann holen wir uns mal zu, was gerade von den Typen hier... Die Reifen jetzt reinkacken! Das wird hells! Okay. Ah! Okay, diese letzte Blacks helfen gerade überhaupt nicht. Ich bin ja noch ein, was ich mit ihm. Das ist besser. Ich bin ja noch jemandem. Ich bin ja noch jemandem. Das ist besser, dass ich mich nicht mehr so überlebt. Das ist besser. Ich bin ja noch jemandem. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Okay, ein paar Reflexarmierungen. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. Und dann brauche ich anschließend Unterweltmetall der zweiten Rades. Ich werde das. Achtung! Neues Bonus-Ziel... ...Technologie zerstören. Ja, das krieg ich auch noch hin. Ja! 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 Einer weniger! Ja! 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 Jetzt fehlt der Alustahl und der Weltmetalle 2. Ja! 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 Hm. Ah! So, dann warten wir mal, dass wir dem anderen auch noch helfen können. Hm, die Spawn brauchen natürlich wieder ein bisschen Zeit. Aber er hat mir auch geholfen. Oh! Find contact! Ich helfe! Immer gegenseitig helfe. Ich will's nicht glauben, wir sind doch eigentlich gemüt hier irgendwo. Auch wenn ich nicht... Alle so benehmen im Spiel. Oh! 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 So, wir müssen hier hinten noch irgendwo was machen. Hm. Hm. Ah, direkt neben dem Terminal. Okay. Jungen, du versaust mir den Tag nicht mit deiner Patrouille. Hm. Hm. So. Einen Mörserhagel, bitte. Einer weniger. Fuck! 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 Oh, war der ge! Hm. hmm Was finde ich euch das komplex für eine Notfallsprozedur? Was für eine Notfallsprozedur? Weiter in die Richtung? Ich wollte mich nicht umleben lassen. Die Richtung ist noch weg. Die Richtung ist noch weg. Die Richtung ist noch weg. Dein Weg ist noch weg. Das ist noch weg. Das ist noch weg. Feindliche Lebenszeichen erloschen. Okay, und jetzt zum letzten Schritt. Der ist bestimmt da hinten in der Äcker, ja. So, liebe Hutte, damit habe ich deine Mission erledigt. Ich habe die gesamten Aufzeichnungen von Better Life. Für meine harte Arbeit verdiene ich eine Sonderzahlung. Hauptsache, ich darf endlich loslegen. Oh, was nehmen wir denn da? Ja, das, was mir mehr Schildstärke gibt, ist natürlich... Ach, das wird doch nicht reichen. Das ist nicht der Richtige. Hm, na toll. So, Fahrt! Um, was nehmen wir denn da? ны Bonds 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 Untertitelung des ZDF, 2020